Ja, hi zusammen! Willkommen hier in der Computerspielschule im Stadtmedienzentrum. Ja, wie ihr wisst, das haben wir leider zurzeit noch geschlossen, was die Computerspielschule angeht. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch wieder euch hier einladen können. Bis dahin sind wir aber voll dabei, auch andere Konzepte auszuprobieren. Und wenn ihr auf unsere Homepage schaut, werdet ihr merken, dass wir zum Beispiel eine Scratch-Challenge und auch einen Minecraft-Workshop vorbereitet haben, an dem ihr von zu Hause aus teilnehmen könnt. Und auch zu Bloxels haben wir ein tolles Programm vorbereitet, jetzt im Rahmen des Trickfilm-Festivals. Also schaut euch das an, meldet euch gerne an. Ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben, falls ihr Fragen habt, falls ihr irgendwelche Tipps braucht, was ihr zu Hause noch machen könnt. Und ja, unser Team wird euch auch noch ein paar Tipps geben, was ihre persönlichen Spiele sind, was wir jetzt hier auch sonst so machen. Genau, macht's gut!